Ihr schaut euch vor mit dem neuen Sony Xperia Typo und Typo Dual Smartphone. Es ist ein Dual-SIM-Gerät von Sony, gibt es auch noch nicht so viele von Sony. Es ist jetzt der erste Einstieg und die haben es sich nur bei dem günstigsten Telefon vorerst gewagt. 170 Euro wird es ungefähr kosten, beziehungsweise 180 Euro für das Duo. Das gibt es in vielen verschiedenen Farben, wie ihr hier sehen könnt. Wir werden Schwarz, Weiß und Rot bzw. Blau haben. Wir haben hier nur drei Geräte zur Auswahl. Blau ist hier nicht am Messestand auf der IFA 2012. Aber wie ihr seht, das ist ein wirklich sehr interessantes Gerät, was die Form angeht. Wirklich sehr klein und pebble-förmig, ähnlich wie das erste iPhone würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall, wir haben ein 320x480 Pixel Display mit 3,2 Zoll. Also wirklich sehr klein und handlich, wie auch schon der Preis. Hier unten ist es leicht chromlegiert. Wir haben Android-Buttons, die leuchten können hier an der Front. Beziehungsweise die sind nicht direkt hier in Android auf dem Touchscreen bedienbar, die Android-Tasten. Und wir haben Android 4.0 installiert. Und die 3,2 Megapixel-Kamera wird auch, denke ich mal, akzeptable Fotos schießen. Hat allerdings, wie ihr gesehen habt, keinen Blitz. Das heißt, dass ihr dann entsprechend im Dunkeln ein anderes Gerät hernehmen müsst. Im Club oder Ähnlichem. Und die Kamera fokussiert auch schnell. Im Gegensatz zu meiner, die jetzt natürlich mal wieder auf die falsche Stelle fokussiert. Und ja, ihr könnt sehen, das geht wirklich wunderbar schnell. Reagiert auch schnell. Nur das Display ist sehr blickwinkelabhängig, wie ihr hier erkennen könnt, egal von wo ihr drauf schaut. Also das ist sehr, sehr schade aus meiner Sicht. Aber für 180 Euro wirklich ein sehr schickes Gerät. Schauen wir uns doch kurz die Anschlüsse an. Wir haben hier Micro-USB. Oben haben wir Kopfhörer, beziehungsweise An- und Ausschalter. Und auf der anderen Seite haben wir Volume-Control. Beziehungsweise, das ist wahrscheinlich ein Kameraknopf. Oder weiß ich gar nicht, wofür der da ist. Denn der An- und Ausschalter war wirklich auf der oberen Seite. Das müssen wir dann noch rausziehen. Muss ich noch nachfragen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balaschgal und vielen anderen Zuschauern.